So, Lea, da ist die Gaststatt von Nächster Bea. Durch alle Zschäbete ist jedes Schiff. Da ist die Kuh-Glocke. Ey, die Glocke. Und hier drin sind die hohen Tiere. Nochmal, da fährt das Auto mit deinem Biogas. Mach's noch, Lea. Ändle. Und hier findet die Zuckli Bärstaft mit viel hübschen Meis. Über 900 Aussteller, Be-Active, Degustationen und ein grosser Streichelzoo. Bea vom 3. bis 12. Mai in Bern.